Holy fuck, lasst da mal hochklettern. Es ist 5.55 Uhr, das heißt, ich habe jetzt noch genau 6 Stunden Zeit, mir Kopenhagen anzuschauen. Es gibt nur einen Weg, möglichst schnell eine Stadt zu sehen, und zwar beim Laufen. Ich präsentiere den höchsten Berg Kopenhagens, weil anscheinend ist da drin eine Skihalle. Weird Flex Kopenhagen. 11 Kilometer, und ihr glaubt es nicht, aber vor meinem Fenster ist einfach in diesem Moment der Kopenhagen eine Halbmarathon. Was für ein krasser Zufall, das schauen wir uns an. Krank, ey, wir haben noch so 60 Tage oder so, dann mache ich den Shit auch. Es wird Zeit, den Rest mit einem Fahrrad zu entdecken. Ich schwöre euch, gerade eben war das Signal noch genau da, und jetzt ist es einfach da mitten auf dem Wasser.